Transgender, Geschlechterumwandlung, LGBTQ, Homosexualität und dergleichen. Diese Dinge rücken immer mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie kann das sein, dass solche Dinge scheinbar wie aus dem Nichts massiv, systematisch, global die gesamte Gesellschaft, die gesamte Menschheit durchströmt und sich etabliert? Welche Macht ist denn dahinter? Sind es ein paar tattrige Politiker oder Soziologen? Das gilt es in diesem Video zu beantworten. Die Bibel macht klar, der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt ist Satan. Satan hat eine von Gott begrenzte Herrschaftsgewalt über diese Welt und er will ein System aufbauen, diese Welt als ein abgefallenes, von Gott abgefallenes, antigöttliches System, in dem ethisch-moralisches Chaos herrscht und antigöttliche Prinzipien sich etablieren. Er und seine Dämonen ist die Macht der Finsternis. Er ist die Quelle aller antigöttlichen Dinge, Ideologien und Strömungen. Zweitens, dieser Satan wirkt in jedem Menschen grundsätzlich, ausgenommen den wiedergeborenen Christen wirkt er in jedem Menschen, denn er spricht die Sünde im Menschen an, so wirkt er in jedem Menschen. Aber er gebraucht ganz besonders Schlüsselpersonen in allen Bereichen der Gesellschaft. Schlüsselpersonen in der Politik, in den Medien, in der Unterhaltungsindustrie, in der Pädagogik, in der Wissenschaft, in allen Bereichen gibt es Schlüsselpositionen, die diese Dinge in die Gesellschaft als Multiplikator hineintragen, etablieren und standardisieren. Und diese Menschen sind dann auch oft und meist Spiritisten, Okkultisten oder sogar Satanisten. Diese gebraucht er ganz besonders. Drittens, die einzelnen Menschen nehmen diese Dinge auf. Jeder einzelne Mensch wird in der Bibel bezeichnet als verblendet am Verstand. Und solange sie nicht Jesus Christus annimmt als ihren Retter, verblendet am Verstand, verfinstert am Verstand. Und jeder einzelne Mensch nimmt diese Ideologien, Gedankenströmungen auf und heißen sie für gut, halten sie für wahrhaftig, obwohl sie antigöttlich sind. Das ist die Kette. Ganz oben steht Satan als Fürst dieser Welt. Er benutzt Menschen in Schlüsselpositionen, die dann als Multiplikator dienen, um diese Dinge zu etablieren und zu standardisieren in der Gesellschaft. Und die einzelnen Menschen bis hin zu den Kindern sind die Rezeptoren. Sie nehmen es auf, heißen es für gut und halten es für wahrhaftig. Dabei ist es ein antigöttliches, antibiblisches Gedankengut, das die Menschheit und die Gesellschaft letzten Endes zerstört.